Hi Freunde, heute fahren wir zum Flowtrail nach Siegen. Da ist der Nikolai, da vorne ist der Jan, da hinten sind die anderen Bikes im Kofferraum, alles am Start, Wetter, naja warten wir es mal ab, es wird bestimmt geil. Alles klar, bis später. Guten Morgen. Wir haben die letzten drei Minuten nur davon gehört, was der Ronny pissen muss. Das war unser Interesse. Ihr muss auch, Pippi. Ich bin nicht alleine. Sollen wir mal gucken, was die Schuhe können. Desto älter sie werden, desto weicher wird es auch. Nikolai hat neue Schuhe. Alles geklappt? Nein. Erstmal mal Hock an. Genau. Ich hoffe, die Gette hält. Ich habe Abschleppseil mit. Ich habe es montiert. Ja, das ist der mit dem kaputtesten Fahrrad, hat das Abschleppseil montiert. Jetzt sei ruhig. Top Fahrrad. Egal wo, wenn wir oben sind, muss ich eben mal Pippi. Aber ganz dringend. Ja, wir haben doch schon da drüben markiert. Ja, das ist wie so ein alter Herrenausflug. Bis da alle fertig sind. Weißt du, früher war es so, ich brauche Bier. Heute, ich muss binkeln. Mein Katheter ist verrutscht. Ach, bitte nicht. Jetzt hör auf. Jetzt machen wir ihn nicht schwach. Akku leer, oder? Nein. Jetzt ist doch richtig drin. Äh, äh, äh. Ah, jetzt machen wir es doch. Ich habe dreimal schnell hintereinander. Jawohl. Das wäre es jetzt gewesen, ey. Wir haben unser Guide, führt uns da oben auf den Berg. Gucken wir zuerst, was da Fresse liegt. Alter, ich, weil ich das für das Schild gerammt habe. Hier geht's los, oder? Das ist ja gut. Den wir auf und gib ihm. Achso, genau. Woll, den haben wir auch noch. So, alle noch da? Ich weiß nicht mehr, wie das war. Kein Thema, du fährst vor und wenn du fällst, fangen wir an zu lachen. Ich lache Funken beim Bremsen. Das ist eine Platte. Gut. Ich lache Funken beim Bremsen. Schade, dass es so matschig ist. Ach, schade, dass es so matschig ist. Ach, schade, dass es so matschig ist. Das Wasserrohr. Ronnys Mauer. Ronny, die Mauer, Junge. Ist der Ronny ein? Ja, da ist er. Ich fühle mich doch wie in der Heimat hier als alter Ossi. Die Mauer steht. Staunen, poppender Verkehr. Komm, Schatz, ich fahr mal vor. Ich film dich mal von hinten. Mein liebes Glitzerpony. Zu spät. Rechtsfahrgebot in Deutschland. Gleich transformiert sich Bumblebee. Da geht das voll ab. Ein Hoch aufs EMTB, echt. Weißer, da ist er doch schnarcht vor allem nieder. Ja. Alter, der war voll. Alter, geile. Oh, der stickt auch wie scheiße. Das Gülleloch gefunden. Gasser. So, kurze Pause. Findest du die von eben? Was denn Gumpen, ey? Die Güllelgrube da vorne. Scheißegal, ich wollte Nikolai noch überholen. Aber du bist auch durch, oder Chris? Oder irgendeiner war da von mir durch. Du? Du bist durch und direkt. Ich denke, alter, ekelhaft. Ich muss eben mal in der Hose zuppeln. Das Ding hängt links raus, Junge. Schön hier, ey. Für den Samstag eben mal. Vor allen Dingen auch lang, oder? Ja, vor allem, dass das nicht so weit weg ist. Ja. Okay. Uh, fieser gelber Stein, Junge. Schlapper Mann, tut sie. Geht? Ja. Aber da unten erstmal, da das Kantholz weg, da den Stock. Wenn du da ein bisschen, ein bisschen quer kommst, dann liegst du direkt auf der Schnauze. Da kommen erstmal die andere. Oh, die Hölzer. So, aber auch nochmal machen. Verdammter Schlamm. Die erste Fahrt war Kenteanlieger noch nicht. Direkt. Knallgas. Da hast du ein Draht, Jo. Da hast du ein Draht, Jo. So, wir fahren nochmal eben den letzten Abschnitt hoch. Der Nikolai will den ersten, ja, Dwarb, sag ich jetzt mal, auch mal probieren. Ja, deswegen, als üben, feuerfrei. Ja, das ist ein Draht. Die erste Fahrt war Kenteanlieger. Ja, das war Kenteanlieger. Da war Kenteanlieger. Ja, das war Kenteanlieger. Ja, das war Kenteanlieger. Da war Kenteanlieger. Ja, das war Kenteanlieger. Ja. Ja, das war Kenteanlieger. Ja, das war Kenteanlieger. Halt! Der ist ja fies. Die Wurzeln da auch. Auf geht's, Attacke! Was ist davon? Die Wurzeln da auch. Die Wurzeln da auch. Bei mir war das jetzt relativ egal, ob ich dann nochmal dreckig werde. Oh, ich kriege ein Fahrrad geputzt. Das muss ich meiner Frau erzählen. Gewürztet. Ich habe Würste nur. Ich habe eine Sportbinde. Ja, wir sind soweit durch. Wir machen uns jetzt langsam auf meinen Weg. Ich bin die Sportbitch. Alex ist die Sportbitch. Das heißt, er muss jetzt alle Bikes mal grob sauber machen. Die sind alle ganz. Mit seiner Schubbürste. Die sind alle ganz. Ja. Außer Roland. Roland haben wir verloren. Roland ist ein Safe-Wort, wenn das kaputt geht. Roland hat das geschafft, Junge. Ja, was halt toll ist. Ich habe mir mittlerweile mal einen Abschleppseil geholt. Nach dem letzten Kettenriss vom Alex 2. Haben wir zum Glück nicht gebraucht. Ja. Und in diesem Sinne. Alex macht jetzt noch die anderen 5 Bikes sauber. Dann werden die verladen. Dann geht es nach Hause. Siegen Floatrail. Kann man halt empfehlen. Und in diesem Sinne. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.